Moin und herzlich willkommen beim Brettspielblog. Ich bin der Flo und die Spielemesse in Essen ist schon ein paar Tage her und sie bereicherte uns mit vielen Kennerspielen. Kennerspiele, also das Segment, irgendwo zwischen Familien und Experten spielen, genauso schwierig die Spiele dort einzusortieren, wie dieser Bereich einfach auch groß ist. Und es gibt unglaublich viele gute Kennerspiele. Ein paar davon möchte ich mir mit euch jetzt mal zusammen angucken, denn Kennerspiele passen hervorragend, um sie einfach vielleicht mal abends unter der Woche locker auf den Tisch zu holen für eine Partie 30, 45 Minuten lang. Sie sind aber auch manchmal sehr, sehr gut geeignet für ein ganzes Soccerwochenende oder einen schönen Samstagsspieleabend. Die Vielfalt ist wirklich riesig. Und ich habe ein paar Spiele, zu denen habe ich mir mittlerweile eine gute Meinung gebildet und da möchte ich einfach mit euch mal kurz drauf gucken. Anfangen tun wir mit einem Spiel. Ja, da würden manche von euch sagen, was soll das denn im Kenner-Video und hat das nicht einfach vielleicht auch den Spiel des Jahres preis verdient? Also erstmal, ja, das Spiel ist richtig, richtig gut und vielleicht würde es auch einfach beim Spiel des Jahres gut sein. Ich glaube eher, es ist ein Kandidat für den Kennerspielpreis des Jahres und deshalb kommt es hier mit rein. Die Regeln sind schon sehr gut eingängig. Ich spreche über Mischwald von Kosch. Zwei bis fünf Spieler und Spielerinnen zocken hier zusammen so rund ein bis zwei Stunden und das erklärt auch Schwung, warum es im Kennerspiel-Video ist. Die Spielzeit allein schon, da können Familien meistens nicht so richtig viel mit anfangen. Ich finde es richtig gut. Es ist ein kartengetriebenes Spiel. Das heißt, wir haben natürlich eine Menge auch an Zufall dabei. Ziehe ich die richtigen Karten, kommen die richtigen Karten in die Auslage. Jeder von uns baut sich seinen Wald. Wir brauchen Bäume, wir brauchen jede Menge Tiere und noch ein paar Pilze. Es ist ein Sammelspiel von Karten, wo ich verschiedene Sets mir zusammenbaue, verschiedene Mechanismen benutzen kann, aber auch einfach mal irgendwelche Aktionen über Karten auslöse, sodass ich mir immer wieder mehr Karten nehmen kann. Es gibt unglaublich viele Taktiken und ein Freund von mir meinte bei einer Partie einmal zu verschiedenen Kartensituationen. Das ist ja vollkommen übertrieben. Das da drüben ist auch vollkommen übertrieben. Und das hier ist übrigens auch vollkommen übertrieben. Das stimmt. Bei diesem Spiel gibt es allerdings ganz, ganz viele von diesen Situationen. Das Artwork ist super. Ja, das gefällt mir sehr. Das Naturthema ist sowieso im Trend. Und das spielt sich auch einfach schön runter, sodass man hier auf jeden Fall auch mal ein, zwei Partien hintereinander zocken kann. Reizvoll finde ich noch, dass man es zu zweit, zu dritt, zu viert und zu fünf gut spielen kann. Natürlich, die Downtime nimmt etwas zu. Das ist klar. Die Zeit, die ich also warten muss, bis ich wieder dran bin. Aber das Spielgefühl ändert sich. Habe ich zu zweit noch ganz, ganz andere Karten, auf die ich gehe, weil ich da die Effekte besser nutzen kann, wenn ich viele von ihnen sammeln kann, muss ich mit vier oder fünf Spielern und Spielern halt einfach auf andere Kartenkombinationen gehen. Das finde ich super reizvoll. Und so hat man von der Kartenpunktmenge oder der Siegpunktmenge am Ende auch einen bunten Strauß an Blumen von irgendwas 60, 70, 80 bis zu 304 Punkte, habe ich schon gehört. Das Zusammenrechnen am Ende, ja, das mag ein bisschen kompliziert sein, aber hey, das macht ihr bei anderen Spielern doch auch. Also daher, jeder, der jetzt das nicht gerade turniermäßig an einem Abend zehn Partien wegzocken möchte, der nimmt sich halt einfach mal kurz die fünf Minuten und addiert einfach die ganzen Punkte. Ich möchte schließlich auch wissen, was ich hier einfach erwirtschaftet habe mit meiner Konstruktion, denn das ist vielleicht die einzige Kritik, während einer Partie so richtig den Überblick zu gewinnen, wer vorne liegt. Das ist fast nicht möglich, finde ich aber auch gar nicht so schlecht. Einfach spielen, Spaß haben, Mischwald, super Titel. Wir steigern uns ein bisschen in der Komplexität, aber sind weiterhin bei Spielen, die man locker am Abend wegzocken kann. Moorland. Das Spiel habe ich schon vor der Spiel in Essen auf dem Pegasus-Pressetag zocken können und es hat mir da schon gefallen. Nicht unbedingt vom Artwork, ja, also ich mag die Gestaltung vorne des Covers und ich mag auch manche Karten, aber andere Sachen sind eher mechanisch funktionell, was das Spiel angeht. Auf der anderen Seite, die hat man wieder ein bisschen darauf geachtet, dass zum Beispiel die Produktion eher nachhaltig ist, beziehungsweise die Materialien, keine Plastiktüten für das Holzmaterial, dafür einfach das Ganze in der Pappschachtel. Da wundert man sich, dass das immer noch so ein Wunder ist, ja, und dass das immer noch so selten auftaucht bei diesem Spiel hier schon mal sehr gut. Wir kultivieren unser Moor und es ist ein Spiel für bis zu vier Personen und man spielt es, ich würde sagen, zu zweit in einer halben Stunde, zu viert in 40 Minuten runter. Was machen wir? Wir bauen ein Moor auf, es ist ein Plättchen-Auslegespiel, also eher kleine Karten, mit denen wir uns unser Moor ausbauen und wir produzieren immer wieder Ressourcen, je nachdem, was für eine Karte kommt, haben wir verschiedene Blumen, die wir uns hinlegen und die, ja, den biologischen Hintergrund zu erklären, das würde jetzt zu weit führen, aber auf jeden Fall, die bauen dann irgendwie unser Moor, ne. Dann daraus entsteht das, die Pflanzen schwemmen immer mal wieder da durch und so entsteht dann unser Moor immer weiter. Es ist ein Spiel so ein bisschen zwischen, ja, ich überlege, wie ich meine Karten so richtig hin und her puzzeln kann und ich muss manchmal auch gucken, es gibt so Wettstreitpunkte für jedes Feld, wer als erstes das Feld belegt, der kriegt den Punkt. Da muss ich immer so ein bisschen schauen, möchte ich mir diese einzelnen Punkte noch holen und manchmal auch so ein bisschen Auftragserfüllung spielen und wie hoch pokere ich dann, ob ich dann vielleicht noch das Glück habe, dass ich die entsprechenden Ressourcen noch bekomme, um meinen Plan dann voll zu kriegen. Ich finde es zu zweit super, zu dritt und zu viert, ja, also eigentlich baut jeder vor sich hin, wir haben keine große Interaktion, allein nur dieser Wettstreit um diese einzelnen Wassertropfen, der ist da, das heißt, ich finde es zu dritt und zu viert gar nicht so reizvoll, ich habe es mit vier Personen auch gespielt, ich habe es auch zu dritt so gespielt, am besten finde ich es zu zweit, wirklich zwei Partien an so einem Abend unter der Woche lassen sich hier super runterspielen, das macht einfach Spaß, das ist so ein nettes Spiel mit Spielspaß von Deep Print Games und, ja, ist von Steffen Bogen hier erdacht. Wie gesagt, Cover finde ich ganz gut, manche Karten auch drin, ansonsten, das Design ist funktionell, damit kann man leben und die Materialqualität ist dann natürlich aber ansonsten ganz gut. Ja, Moorland, dann kommen wir zu einem viel, viel größeren Spiel und zwar Bücher der Zeit. Und Bücher der Zeit, habe ich so das Gefühl, macht irgendwie was besonders, weiß aber nicht so ganz, wo es hin will. Erstmal, es ist natürlich das Thema und das Cover, was schon mal was hermacht und wenn man dann hinten drauf guckt und sieht diese ganzen Bücher, ja, das sind so Aktenordner, drei Stück kriegt ihr davon mit so einem Schnappschmechanismus, ihr werdet das Geräusch entweder lieben lernen oder hassen lernen, dann weiß man schon mal, hier hat man ein Spiel mit einer starken Materialqualität. Wenn das jetzt so ein klassisches Kickstarter-Produkt einfach nur wäre, würde man sagen, oh, ist das ein Blender? Hier muss man sagen, na, es ist kein Blender, sondern es transportiert irgendeine Idee ziemlich weit massiv nach vorne durchs Material und dann kommt dann da noch eine Mechanik mit drauf, mit der man irgendwie leben kann. Ihr merkt schon, so ganz überzeugt bin ich davon nicht. Also, erstmal, die Materialqualität, die ist gut und diese Idee mit den Büchern, die wir uns bauen, wir haben einen riesigen Stapel an vorgelochten Karten, da sind dann immer Abbildungen drauf und das halbe Regelbuch ist auch voll mit Hintergrundinformationen über geschichtliche Ereignisse, naturwissenschaftliche Geschichten, irgendwelche besandten Persönlichkeiten und dann irgendwelche Erfindungen, die wir gemacht haben. Also, etwas taucht daran auf. Ich habe natürlich während des Spiels keine Ahnung davon, weil ich mir die Bücher höchstens angucke und denke, nette Farben. Aber im Regelheft wären dann nochmal die großen Hintergrundinformationen dazu. Das interessiert mich beim Spiel natürlich nicht, Yvonne. Mechanisch gesehen ist das ganz kurios, denn eigentlich ist es ein Set-Sammelspiel. Ich probiere meine Bücher nach Familie, ich habe jeder drei Bücher, ich probiere meine Bücher nach verschiedenen Mustern zu bauen und kriege dann Punkte dafür und muss manchmal, wenn ich sage, ach, ich schaffe noch mehr in dem Buch, ein gewisses Risiko eingehen. Wenn ich diesen Auftrag nicht erfülle, kriege ich gar keine Punkte. Wenn ich ihn erfülle, kriege ich halt mehr Punkte dann dafür. Und dafür muss ich halt ganz viele verschiedene Seiten in diese Bücher reinbauen. Und auf diesen Seiten sind aber immer Aktionen und die kann ich nach verschiedenen Möglichkeiten dann irgendwie auch auslösen. Problem dabei, die ganze Auslage ist voller Seiten. Ich selbst habe meine eigene Auslage voller Seiten und überall sind Aktionen. Und dann gibt es noch eine gemeinsame Aktion, die sich jede Runde ändert. Das heißt, mit vier Leuten dauert es eigentlich ewig, bis ich dran bin. Denn alle anderen sind ja erstmal, wenn sie dran sind, neugierig, was hat sich denn verändert. Welche Seiten sind denn neu dazugekommen, welche sind weggenommen worden. Der erste Spieler einer Runde muss jedes Mal erstmal gucken auf diese Gruppenaktion, die er dann nutzen kann, auch noch, die für jeden möglich ist. Das heißt, es interessiert mich fast überhaupt gar nicht, was meine Mitspieler und Mitspielerinnen machen. Aber es dauert schon lang. Das ist so die erste Kritik. Und die zweite Kritik ist, alle achten dann darauf, was da für Aktionen sind. Und man guckt sich die Aktionen ganz genau an. Es gibt aber Seiten, da habe ich mich damit lange beschäftigt. Und die Seiten tauchen dann in meinen Büchern auf, nur als Punktebringer. Und ich werde diese Aktion vielleicht einmal nutzen, dann aber auch nie wieder. Das heißt, das Spiel bringt eine Komplexität mit, die aber eigentlich gar nicht genutzt wird. Das ist ganz, ganz kurios, wirklich. Und die Grundregeln sind einfach, kein Problem. Die Icons, die ganzen Symbole, die ich mir da anschauen muss, das ist dann nicht mehr ganz so einfach. Dafür hat jeder zum Glück eine Spielerhilfe. Die ist ganz in Ordnung. Aber trotzdem, in den ersten Partien musste man schon immer nochmal nachgucken, was was bedeutet. So kleine Regelfragen hat man dann doch schon nochmal. Und letztendlich habe ich dann drei Bücher gebastelt und habe manchmal Aktionen irgendwie überhaupt nie benutzt. Das ist auf der einen Seite reizvoll und auf der anderen Seite auch sehr unbefriedigend manchmal. Das heißt, dieses Spiel lässt mich so ein bisschen ratlos zurück. Auf der einen Seite finde ich halt, das Material ist super und diese Idee mit den Büchern ist dann auch gut umgesetzt. Das ist ein thematisches Spiel, ist es nicht. Ja, ich mache da irgendwas mit Aktionen und gehe auf Leisten hoch. Aber dieses mit den Aktionen, da bin ich mir noch nicht sicher. Es reizt einen nicht so richtig, dann das nochmal zu machen, weil man ja, ja, man hat sich nie irgendwas Richtiges aufgebaut, womit man irgendwie toll gearbeitet hat. Auf der anderen Seite hat man halt diese Bücher erstellt, die halt ganz nett aussehen und das macht klack. Naja, also Bücher der Zeit. Ich bin unentschlossen, was dieses Spiel angeht. Ja, das ist übrigens von Philipp Globatsch, muss ich noch sagen. Jetzt kommen wir zu einem kooperativen Spiel. Auch da gibt es natürlich einiges. Und ich packe Stranger Things Schattenschwelt auf den Tisch. Ein Spiel von Rob Davio. Rob Davio, kein Unbekannter in der Spieleszene. Jeder, der mal wissen möchte, was der so für Spiele rausbringt, guckt mal kurz bei Board Game Geek einfach nach, bevor ich euch hier die ganze Liste runterrattere. Stranger Things ist einfach ein Spiel, natürlich wieder im Stranger Things Universum. Und wie das einfach mit diesen erfolgreichen Serien so heutzutage ist, kommen da Spiele ohne Ende raus. Und meistens sind wir da eher etwas misstrauisch. Dieses Spiel finde ich gut. Es ist wirklich von den Regeln Einsteiger-Kenner-Niveau. Es ist eigentlich ein Familienspiel. Aber man muss natürlich sagen, die Regeln sind bei kooperativen Spielen meist nicht das Schwierige, sondern das Spiel natürlich zu handeln. Und eine Familie, die nicht viel Spielerfahrung hat, wird hier dran scheitern. Denn es ist schon komplex in seiner Abfolge, was ich wann machen muss. Denn ich habe auch gewisse Freiheiten. Was passiert? Wir müssen Will retten. Wir spielen hier die ersten zwei Staffeln. Elphi ist nicht mit dabei als Charakter, die wir spielen, sondern sie unterstützt uns. Wir spielen alle anderen halt. Den Sheriff zum Beispiel und die ganze andere Bande, die mit dabei ist. Und wir müssen halt unterwegs sein. Einmal in der normalen Stadt, aber dann auch in der dunklen Schattenwelt, wo der Demogorgon herumsaust. Natürlich haben wir auch wieder die Fahrzeuge hier von diesem Energielaboratorium, die da rumsausen. Und es hat diese klassische Mechanik, dass wir zwischendurch halt Ereigniskarten ziehen und die dann das Spiel irgendwie verändern. Sie irgendwas bewegen, wir irgendwelche Nachteile oder Vorteile kriegen. Und ansonsten haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie wir das Spiel verlieren. Und immer nur eine, wie wir es gewinnen. Und da müssen wir halt überlegen, wie wir da rangehen. Manchmal ein bisschen weniger risikohaft, ein bisschen mehr auf Sicherheit. Wollen wir uns eher erstmal mit anderen Problemen beschäftigen. Dass wir ein bisschen sicherer oder ein bisschen besser ausgestattet sind. Wir können uns Unterstützung holen und Ausrüstung. Und ansonsten kann man natürlich auch einfach voll reingehen und gucken, dass man es so schafft. Und dann kann man aber auch scheitern. Also daher, es ist ein Spiel, was man in ein, anderthalb Stunden gut runterspielen kann. Für Stranger Things Fans auf jeden Fall geeignet, weil auch noch die zweite Staffel dabei ist. Die habe ich noch nicht gespielt. Das ist der Spielplan auf der anderen Seite. Da kommen dann noch diese komischen Hunde dazu. Aber für alle anderen, die jetzt mit der Serie Geist anfangen können, weiß ich nicht. Also da gibt es sicherlich dann nochmal andere und reizvollere kooperative Spiele. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also der Mechanismus ist solide. Er findet aber nichts jetzt brandneu, wo man schreiend rausrennt und sagt, der Wahnsinn. Aber es ist auf jeden Fall gut für dieses Spiel. Und mich hat es so sehr begeistert, dass ich auf jeden Fall wieder spielen will. Und auf jeden Fall auch noch Staffel 2. Genau, Stranger Things. Kommen wir zum fünften Titel. Und Djinn ist für mich einfach mal wieder ein schönes, herrliches Kennerspiel as its best. Wirklich, dieses Spiel, wenn man da sagen würde, jetzt so etwas wie, ja, das hätte schon vor Jahren rauskommen können. Oder Altbacken oder so etwas. Finde ich gar nicht. Erstmal mega Cover, dann lustige Hintergrundgeschichte, beziehungsweise lustige, naja, irgendwie interessante, ne. Wir sind in dieser Stadt, wir sind von dieser Akademie, glaube ich, ne. Wir müssen die Djinn einfangen, die da sind. Und ein Spielplan bei uns selbst, unser Board, der halt höchst variabel ist. Der Hauptspielplan, der höchst variabel ist. Also ich habe das Gefühl gehabt, hier hat jemand sich, was Puzzeln angeht, unglaublich austoben wollen. Nämlich Puzzle einfach deinen Spielplan hin und her. Das Ganze ist nicht einfach nur so ein quadratischer Spielplan, den man für Spieler und in der Mitte für alle so hat, wie man das manchmal kennt. Nein, hier gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, das Spiel für Einsteiger sehr leicht zu spielen. Aber auch schon immer wieder mit verschiedenen Möglichkeiten. Oder dann für Fortgeschrittene mit, ja, dann hat man halt eine asymmetrische Möglichkeit noch, asymmetrische Fähigkeiten. Also Benjamin Schwer hat hier ein Spiel gebaut, 60 bis 90 Minuten ab 12 Jahre, 1 bis 4 Personen. Und es ist wirklich für mich ein klassisches, wunderschönes Kennerspiel. Damit kann ich mich abends hinsetzen mit meinen Freunden und kann hier überlegen, was ich machen möchte. Ich habe eine gewisse Interaktion manchmal durch verschiedene Geschichten auf dem Spielbrett. Allerdings auch nicht zu viel. Wir können uns so ein bisschen behindern, wir können uns was wegschnappen. Diese Djinnen natürlich da. Wir haben es selbst in der Hand, so im gewissen Rahmen, wie lange die Partie dauert. Also wir wegen uns auf dem Spielplan und ziehen durch diese Stadt. Gibt natürlich dann verschiedene Ressourcen, die wir holen. Wir können uns natürlich Ausrüstung und Verbündete holen, die uns dann irgendwie wieder weiterhelfen. Und das Interessante dabei ist, dass wir, wenn wir uns durch diese Stadt bewegen, wir nicht immer alle Aktionen zur Verfügung haben. Sondern wir gehen ja wie durch so ein Labyrinth, könnte man sagen. Aber den Plan sieht man natürlich. Und wir haben eine gewisse begrenzte Anzahl an Möglichkeiten. Die können wir auch noch verbessern an Aktionen, die wir da haben. Das sind quasi diese Werkzeuge. Aber eigentlich sind es Verbesserungen der Aktionen durch solche Geheimgänge. Und das ist reizvoll. Wir haben immer eine beschränkte Aktionsauswahl. Das ist sehr gut. Wir haben aber dennoch dann selten Sackgassen. Man kann sich in Sackgassen bewegen bei dem Spiel. Also daher, das ist schon nicht ganz ohne hier. Das ist auf jeden Fall dann schon im normalen Kennerspielniveau, würde ich auch sagen. Man kann sich hier auf jeden Fall in eine Sackgasse reinbewegen, wo man dann langsam rauskommt, indem man wendet. Und manchmal stellt man fest, ich habe das nicht, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Und alle anderen ziehen an einem vorbei, weil es dann halt irgendwie Möglichkeiten gibt. Aber mit diesen asymmetischen Fraktionen gibt es dann nochmal eine gute Steigerung, wo auf jeden Fall der Wettkampf dann nochmal ein bisschen mehr toben kann. Und man fragt sich vor allem in den normalen Spielen, wie sollen wir da, es gibt aber gewissen Leisten, gibt es dann da Boni, wie sollen wir da jemals hinkommen. Aber da reizt es mich schon, noch weiter zu spielen und zu erkunden, wie gut man bei Djinn vorwärts kommen kann. Also für mich auf jeden Fall ein super gutes Kennerspiel und eine Empfehlung für Kennerspiele des Jahrgangs. So und jetzt kommen wir zu meinem Highlight des Jahrgangs, was auch, ich würde sagen, das komplexeste ist. Und ein Spiel, was mich auf allen Ebenen einfach überzeugt hat. Und zwar Ebenfall von Stefano de Silvio. Das habe ich auf der Con, die wir jetzt hatten, im Herbst ein paar Mal gespielt. Jetzt habe ich davor schon gespielt und es begeistert mich sehr, sehr viel, muss ich dir sagen. Es ist ein Tableau-Building-Spiel, wo wir aber auch noch Worker-Placement haben. Wir haben zwei unterschiedliche Arten von Arbeitern, wo wir gucken müssen, ob wir mit der einen Sorte, die eine Sorte können wir nur für einen bestimmten Bereich einsetzen, den wir am Anfang noch gar nicht so stark ausgebaut haben, wo wir uns überlegen müssen, ob wir da vielleicht Fähigkeiten bekommen, dass wir die für alles nutzen können oder ob wir halt diesen bestimmten Bereich, wofür wir sie einsetzen können, diese Karten noch mehr ausbauen. Also in so eine Form reingehen. Wir können uns aber auch dauerhafte Unterstützung haben. Es gibt unterschiedliche Arten von Karten. Natürlich, das Artwork ist der Wahnsinn. Also der Hintergrund ist, wir sind irgendwelche Magier in Schule, eine Zeit voller Magie, Hexen, Zaubersprüche und Rivalität. Der Weltenbaum öffnet seine leuchtenden Tore. Also das Thema könnte man vergessen eigentlich. Natürlich wird einem immer mal wieder so ein bisschen gezeigt. Wir haben zwischendurch auch noch so Kämpfe um so Landstriche und sowas. Das ist irgendwie nicht so hart. Es ist einfach eher ein schönes Spiel in so einem, ja, ich würde sagen, alternativen Märchen-Fantasy-Setting, was so ein bisschen abgespaced ist irgendwie. Das heißt, wir spielen diese Magierschulen, wir haben ein Hammer-Artwork und die Karten sehen auch super aus. Die Betitlung der Karten ist manchmal ganz, ganz lustig. Das erinnert mich an alte Trading-Kart-Games oder auch andere Kartenspiele, die auf den Markt gerade kommen, wo wir immer so zusammengewürfelte Namen haben, ja, die einfach so Vorname, Nachname oder irgendwie dann noch so ein Begriff dazu, die irgendwie überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Aber in so einer Traumwelt, ne, da kann man sich das irgendwie vorstellen. Und jeder baut sich sein Tableau und wir müssen halt über verschiedene Kombinationen müssen wir halt im Wettkampf miteinander treten immer wieder. Und das ist auch dann die Interaktion. Also einmal können wir Einfluss auch auf das Tableau unseres Gegners etwas nehmen. Wir können von ihm auch zum Beispiel Karten kopieren und dann haben wir halt diesen Wettstreit in der Mitte. Insgesamt spielen wir es nur über drei Runden. Spielzeit so 60 bis 90 Minuten und die Erklärung, ja, ich würde sagen, eine Viertelstunde, 20 Minuten braucht man schon. Aber eigentlich ist das dann auch nicht ganz unlogisch, was man macht. Also es spielt sich wirklich gut runter. Ich habe mit allen Leuten, die ich jetzt gespielt habe, keine kritischen Stimmen gehört. Natürlich hat auch das, weil es ein Kartengetriebe-Spiel ist, auch wieder einen gewissen Glücksfaktor. Das ist klar, ziehe ich die Karten, aber eigentlich kann man mit jeder Karte irgendwie mal ein bisschen was anfangen. Die meisten davon, achso, Karten benutze ich auch zum Bezahlen dann zum Teil. Ich kann es in Ressourcen umtauschen. Da gefällt mir schon sehr, sehr viel dran. Also jedenfalls, das habe ich auf jeden Fall mir noch nicht übergespielt. Und da spiele ich aber auch gerne mit mehr. Wo ich jetzt sage, hier beim Moorland und bei Bücher der Zeit, da würde ich jetzt nicht wissen, warum ich das mit mehr als zwei Leuten spielen sollte. Eher mit zwei ist gut, drei, vier wüsste ich nicht. Gin schon, weil mehr auf dem Spielplan los ist. Naja, und bei kooperativen Spielen, da ergibt das sowieso Sinn, mit großen Gruppen das zu testen. Aber ebenfalls, da finde ich, da kann man das auch wirklich einfach mit der Höchstzahl von vier Personen spielen, weil einfach dann mehr los ist am Wettkampf auf diesen verschiedenen Tableaus. und das macht schon Spaß. Ja, so viel zu sechs Spiele, die im letzten Jahrgang rausgekommen sind und die bei mir aktuell auf den Tisch kommen und die mich alle irgendwie interessieren, auch wenn sie mich alle noch nicht so vollends überzeugt haben. Die einen mehr, die anderen weniger und ich habe das Gefühl, ist auch vielleicht schon so ein Titelkandidat dabei. Wer weiß. Also, wenn ihr Erfahrungen zu den Spielen habt, dann lasst es mich gerne wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst dem Video gerne einen Daumen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Das war's. Macht's gut. Euer Flo. Ciao.